hallo liebe freunde der zahltag strategie da bin ich wieder nils gaiovi soll man nicht auch gelegentlich in wachstumswerte investieren die frage erreicht mich relativ häufig aktuell war es der kommentar unter einem video was hältst du von skyworks solutions und marvel technology als investitionen in die 5g technologie nun das sind drei fragen zwei davon will ich heute beantworten und die dritte hebe ich mir auf fürs nächste video also frage eins was halte ich von marvel marvel zahlt 1,1 prozent dividendenrendite ich habe hier mal den fast graph mitgebracht was man sieht das unternehmen hat einige positive punkte zum beispiel gar keine schulden aber was man auch sieht 1,1 prozent dividendenrendite die seit 2014 auch nicht mehr angehoben wurde es gibt 24 cent dividende und das mittlerweile seit vier jahren und bei 1,1 prozent dividendenrendite reißt mich das nicht vom hocker außerdem sieht man sehr schön dass die orangene linie eben auf und ab läuft also auch von einer stetigen gewinnentwicklung ist man hier weit entfernt insofern erste frage beantwortet von marvel halte ich gar nichts egal was die machen offensichtlich ist das kein besonders konsistentes geschäft im augenblick das kann sich in zukunft natürlich immer ändern schauen wir uns die zweite aktie an skyworks solutions nun da sieht man was ich unter einem gesunden wachstums unternehmen verstehe hier haben wir stetig steigende gewinne wir haben eine stetig seit 2014 steigende dividende das ist die weiße linie die also auch hier ansteigt und wir sehen die aktie ist fundamental im augenblick auch total unterbewertet sie hat eine eine jährliche gewinn wachstumsrate von etwa 25 prozent gerechnet auf den zeitraum ab 2004 und ja jetzt ist natürlich die frage sind dann diese 1,3 prozent dividendenrendite die ich im augenblick hier generieren kann für mich interessant also vergleichen wir doch ganz einfach mal die aktie mit dem s&p 500 was man hier sieht ich habe also den zeitraum genommen für den die aktie für mich interessant ist nämlich erst den ab der ersten dividendenzahlung die gab es 2014 und vorher wäre so eine aktie für mich sowieso nicht ins depot gekommen hätte ich sie damals gekauft dann hätte ich in den vergangenen vier jahren hier eine out performance erzielt 17,2 prozent gegenüber 9,7 prozent die der index abgeworfen hat das sieht man also unten rechts in dem fensterchen in der ecke der s&p hätte in der zeit 735 dollar dividende gezahlt und meine aktien hätten in der zeit 604 dollar dividende gezahlt der größte größte teil meines total return also auf das investment käme in der tat aus kurssteigerungen ja aus meinen 10.000 dollar die ich zum gewinn zum beginn investiert hätte wären 17.100 geworden und beim s&p vergleichsweise wären aus 10.000 dollar 13.000 dollar geworden immer so ein bisschen gerundet auf die vollen tausender man sieht also man hätte hier mit skywalks solutions tatsächlich geld verdienen können wenn man jetzt die aktie nicht verkauft und wenn man auch nicht auf das einkommen angewiesen ist denn einkommensseitig wie gesagt bringt die aktie auch nach vier jahren immer noch weniger als der s&p 500 für einen langfristig orientierten investor so wie ich es bin stellt sich natürlich nun die frage wir haben auf der einen seite eine aktie mit hohem wachstum einer dividenden wachstumsrate die ja hier das ist nicht besonders aussagekräftig 74,1 prozent beträgt nehmen wir einfach mal an das dividenden wachstum der letzten jahre 9 prozent per annum das bleibt uns hier erhalten und wir können dem gegenüber stellen das dividenden wachstum in einen s&p 500 also einfach einen etf das liegt nämlich bei roundabout 6,6 prozent per annum und jetzt ist doch die frage wann verdiene ich mit meinem aktieninvestment mehr geld als mit dem s&p 500 das ist ja die frage irgendwann muss ich von meinem investment leben können und hier will ich einfach mal eine grafik zeigen wo häufig unterschätzt wird wie lange es dauert das ist der miller howard investment calculator ich habe den link mit in die grafik eingefügt was man hier sieht sind zwei kurven und ich habe oben links einfach mal eingegeben ein investment in skyworks solutions 10.000 dollar 1,3 prozent augenblickliche dividendenrendite neun prozent jährliche dividendensteigerung und wir reinvestieren die dividenden da drunter zum vergleich die orangene linie ein investment in den s&p 500 1,9 prozent dividendenrendite also nicht mal so ein riesengroßer abstand obwohl man muss sagen es sind über 50 prozent mehr und wir haben hier eine etwas langsamere dividendensteigerung 6,6 prozent per annum und auch hier werden die dividenden reinvestiert und das frappierende und das war auch für mich nun überraschend nach 25 jahren schafft es erst mein aktieninvestment von der einkommensseite her den s&p 500 zu schlagen das heißt für einen langfristigen investor dauert es 25 jahre bis er mit der aktie mehr verdient als er mit einem index etf verdienen würde und zwar immer gerechnet auf das einkommen mit anderen worten zwei dinge sind hier wichtig erstens ich habe natürlich hier die kurssteigerungen überhaupt nicht mit eingerechnet ja das ist schwierig zu prognostizieren kurse bewegen sich wie sie wollen und das kann natürlich sein dass die aktie in den nächsten 25 jahren durch die decke geht sie kann es aber auch bleiben lassen das ist also absolut nicht kalkulierbar genauso wie auch beim s&p 500 nicht kalkulierbar ist wo der in den nächsten 25 jahren hinläuft aber das einkommen die gewinnentwicklung das haben wir hier halbwegs berücksichtigt und im endeffekt kann ich ja auch bei den kursgewinnen erst davon leben wenn ich sie realisiere das heißt ich müsste dafür meine aktien die dann hoffentlich viele millionen dollar wert sind verkaufen leben kann ich im prinzip nur von den dividenden bis ich die aktien irgendwann zu geld macht das ist also punkt eins die kursentwicklung ist hier überhaupt nicht berücksichtigt und punkt zwei man braucht wenn man in wachstumsaktien investiert und daraus ein fühlbares einkommen generieren will einen sehr sehr langen atem in diesem falle ist es 25 jahre ähnliche fragen stellen sich ja beispielsweise bei aktien wie apple ja wo wir hier irgendwo im bereich von anderthalb prozent dividende im augenblick rumdümpeln auch hier wächst die dividende im jahr irgendwo im 9 10 11 prozentigen bereich aber es wird eben auch hier viele viele jahre dauern bis ich mit einer apple aktie genauso viel einkommen oder mehr erzielen kann als mit einem etf auf den s&p 500 mit anderen worten da bin ich bei punkt zwei für mich jahrgang 1964 ist skyworks nicht interessant weil ich nicht 25 jahre warten möchte bis die aktie mir das einkommen liefert dass ich vielleicht in fünf oder in zehn jahren schon brauche da ist einfach mein zeithorizont zu kurz ich möchte mein geld verfrühstücken nicht erst wenn ich 90 bin und meine kinder sollen sich bitteschön selbst drum kümmern wo sie zu geld kommen die zweite frage die in diesen oder die dritte frage die natürlich in dem kommentar drin steckte also die frage nach sollte man nicht in 5g technologien investieren die werde ich mir fürs nächste video aufheben fazit des heutigen tages wer viel zeit hat kann also auch in niedrig dividenden werte mit hohen wachstumsraten investieren in der hoffnung darauf dass zu den dividenden große kursgewinne kommen und dass man eben noch sehr sehr viel zeit hat man muss nämlich dann eben auch warten können wirklich 10 15 20 25 jahre sonst macht hier tatsächlich so ein investment wenig sinn also das für heute und im nächsten video geht es um die frage zukunftstechnologie bis dahin passt schön auf euer geld auf euer nils gaiovi auch das prädie